Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 24. Mai 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1350. Heute habe ich die folgenden Themen mitgebracht. Renault 10, Focus, WWDC, Final Cut Pro, PostFinance, Apple und Proton. Ja, es ist passiert, wie so oft bei Oppo. Schon viel zu früh kommen die ganzen Internas, sprich Dinge, Leaks, Informationen zu neuen Geräten raus. Viel zu früh für uns auf jeden Fall. Denn wie immer wird das Gerät schon ein halbes Jahr vorher in China vorgestellt. Also jetzt. Genauer gesagt heute. Also 24. So munkelt man zumindest. Über Weibo ist nämlich bekannt geworden, was da drin ist. Und warum sage ich ein halbes Jahr vorher? Normalerweise ist es im Herbst soweit, dass Oppo die Renault-Serie neu anteasert. Und ja, eben deshalb knapp ein halbes Jahr. Aber ja, was haben wir da drin? Ein 120 Hertz Display. Ein Snapdragon 8 Plus. Aber der aus dem letzten Jahr. Sowie 16 GB RAM. Und das alles soll mit einem schönen Kamerasystem. Und auch ein optisch schönen Kamerasystem. Wie immer alles Geschmackssache. Aber es gefällt mir, weil es ist ähnlich wie das von dem, ach wie hies es, Nova 10 von Huawei im letzten Jahr. Vorletzten Jahr? Doch, letzten Jahr. Mein Gott, die Zeit rast. Was haben wir sonst noch drin? Viel Speicher. Der 512 GB und den UFS 3.1 Speicher. Sowie ein 4700 mAh Akku. Aber genug der Gerüchte. Gehen wir zu harten Fakten über. Focus. Eine App, die das Pomodoro Zeitmanagement zelebriert. Und zwar genau schon seit 10 Jahren. Das war eine meiner ersten Zeitmanagement-Apps, die ich auf meinem iPhone installiert habe. Mittlerweile gibt es das auch für den Mac und für die Apple Watch und natürlich auch fürs iPad. Alles schön gesynchronisiert und im, ja, wie ist es halt so, Abo leider. Wer das nutzen möchte, im Monat 849 ist man dabei. 29,90, wenn man es jährlich bezahlt. Und ja, sind wir ehrlich, solche Apps brauchen Menschen, die ein bisschen was nebenbei arbeiten oder ein Projekt haben, an einem Verein beteiligt sind und die Zeit tracken. Aber nicht jedermann. Aber diejenigen, die es brauchen, die bekommen hier eine sehr hübsche App. Denn Focus, also genauer gesagt, die Entwickler da hinten, die haben der App ein schönes neues Design verpasst. Ich muss sagen, mir gefällt das. Ich muss mir die App wieder mal ein bisschen genauer anschauen. Denn Toggle hat meine, also Toggle ist die App, die ich dafür aktuell nutze. Die haben meine Menüleisten-App da, also das, was man bei Mac OS oben nimmt, das Menü einfügen kann. Kaputt gemacht. Das tut nicht mehr. Das haben sie rausgecodet. Sehr, sehr schade. Ich habe das sehr gerne genutzt am Mac. Aber ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Apple hat bekannt gegeben, dass es in diesem Jahr wieder eine Keynote gibt. Welche Überraschung? Wir wissen auch, zu welcher Zeit. Wie immer, um 19 Uhr zu unserer Zeit. 10 Uhr drüben in Amerika, wer live vor Ort ist. Und auch das restliche Programm der Keynote ist, äh, der WWDC ist rausgekommen. Neben der Keynote findet nachher noch verschiedene Geschichten stand, wie die Apple Design Awards. Es gibt Zugang für Experten. Es gibt Aktivitäten. Es gibt Developer, ähm, Workshops und alles Mögliche rundherum, wer sich dafür interessiert. Vieles davon wird später online auch direkt einsehbar sein. Kann sich auf jeden Fall lohnen. Und ja, gestern war es soweit. 23. Mai, Dienstag. Apple hat sie veröffentlicht. Final Cut Pro für das iPad. Ich habe es mir natürlich gleich runtergeladen. Bin noch nicht gross zum Ausprobieren gekommen. Aber das werde ich in den nächsten Wochen sicherlich mal tun. Aktuell schneide ich ja wieder auf meinem Mac, da ich aktuell den M2 habe. Und damit richtig, richtig viel Freude habe. Weil viel Power und Desktop und so weiter. Ach ja, und Logic Pro ist natürlich auch rausgefallen für all diejenigen, die ein bisschen was in Richtung Musik machen möchten. Die Temperaturen gehen hoch. Wieder explosionsartig sind wir über 20, 25 Grad. Und trotzdem, die Hölle friert zu. Zumindest für uns in der Schweiz, die Ponce Finance. Die hat, nachdem sie über viele, viele Jahre sich geweigert haben, Apple Pay einzuführen. Und wen wundert's, man möchte ja Twint fördern und hat es auch erfolgreich geschafft. Als Mutter von Twint. Ja, die haben jetzt auch Apple Pay eingeführt. Es war nur eine Frage der Zeit. Denn im letzten Jahr haben sie umgestellt von der alten Karte, die auf WePay Basis funktioniert, auf die neue Debit Mastercard. Und das sind ja die Karten, die auch Neon, U und so weiter nutzen. Und wo es ganz einfach ist, sich einzubinden in das grosse Apple Pay Ökosystem. Und somit wird da sicherlich auch noch die anderen Geschichten folgen, wenn es nicht schon geht. Ich muss es mal ausprobieren. Samsung Pay und Google Pay müsste damit auch möglich sein. Weiter geht's mit einer Bekanntgegabe von Apple und Broadcom. Die beiden haben jetzt nämlich einen Deal über die Bühne gebracht. Was Apple tun musste, laut amerikanischem Recht, müssen ja grosse Companies in den USA Arbeitsplätze im eigenen Land schaffen und auch Gelder investieren. Und das haben sie eben getan durch diesen Milliarden-Deal. Worum geht's? Um 5G-Chips. Und somit könnte in naher Zukunft es bald soweit sein, dass der schon immer wieder in der Gerüchtewelt proklamierte Apple-eigene 5G-Chip bald Wirklichkeit werden könnte. Und zu guter Letzt gibt's noch was zu einem in der Schweiz gegründeten Unternehmen, Proton. Seit 2014 sind sie unterwegs mit VPN. Begonnen hat alles mit Proton-Mail, dann kam Kalender dazu, Proton-Drive, der Proton-Pass und eben vor kurzem noch das Proton-VPN. Und das gibt's jetzt auch für ganze Familien. Ein Angebot, wo nicht nur Einzelpersonen mit reingehen können, sondern auch ganze Familien. Wer sich dazu und oder zu anderen Themen informieren möchte, unter daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens findest du einen Link in den Shownotes zum Anklicken und dich mehr einlesen. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Euch wünsche ich einen guten Start, einen neuen Tag und bis bald. Dein Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.